Norddeutscher Rundfunk 2021 Schön schaut's aus, unser Schwabach. So alt und immer noch so schön. Wie du? So alt bin ich auch noch nicht. Aber von oben schön. Wie alt ist unser Schwabach genau? 900 Jahre. Da ist Schwabach zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Im Jahr 1117. Weil Mönche in Schwabach waren. Mönche? Was waren das für Mönche? Franziskaner oder Bernhardiner? Aus dem Kloster Zwiefalden waren die, im Schwäbischen. Aus dem Schwäbischen? Und was wollten Sie bei uns? Was weiß ich, übernachten wahrscheinlich. Mich würde mal interessieren, was die Leute über unser schönes Schwabach denken. Einen schönen Marktplatz finden wir schon, aber nicht häufig. Jeder bemüht sich wirklich, was zu bieten, was man nicht überall findet. Ich fühle mich wohl, deswegen bin ich so lange da. Wir lieben durch die vertraute Umgebung einfach das Heimliche, die Atmosphäre. Heimat ist besser und außerdem gibt es hier viele nette Leute, für die es sich lohnt und Spaß macht zu arbeiten. Schau runter, da am Mönchshof, da ist alles angegangen mit Schwabach. Schau, das ist der Mönchshof. Das war die Keimzelle von Schwabach als fränkischer Königshof. Schön. In der ersten Zeit hat Schwabach viele unterschiedliche Herren gehabt. Erst waren es die Könige, dann war es das Kloster Ebrach, dann Habsburg, dann kam der Graf Emicho von Nassau. Wer hat der geheißen? Emicho. Emicho. Es wäre ein schöner Name für einen Schwabacher Baum heutzutage. Emicho Meier mit Y. Dass es nicht so groß ist wie Nürnberg, ein bisschen mehr das Heimliche. Ich kannte Schwabach eigentlich überhaupt nicht. Nur die Ausrichtung als kleinste kreisfreie Stadt Bayerns hat mich angezogen und schienen mir die beruflichen Perspektiven hier besser als anderswo. Hier die Einwohner sind so freundlich, hilfsbereit, helfen einem weiter. Nicht das typische fränkische Gemaule, sondern wirklich hilfsbereit. Weil ich Schwabach liebe. Weil das wie eine kleine Familie ist. Ich bin mit Leib und Seele Schwabacher. Und wer ist jetzt das da? Das ist Adolf von Hänselt. Der ist 1814 in Schwabach geboren und war ein begnadeter Pianist. Ja, das glaube ich schon, dass der Fräher keine Schreibmaschine geschrieben hat. Wenn man durch die Straßen geht oder wenn man durch die Stadt geht, da ist jeder freundlich, da ist jeder, lächelt jeder, da ist irgendwie Flair. Wenn man dieses Flüsschen Schwabach sieht und dann diese Blumen und diese Liebe einfach, das ist unheimlich viel Liebe stecken in der Stadt. Ich liebe die Menschen, die in Schwabach wohnen. Es sind rundweg fast alle, fast alle tolle Menschen. Macht mir riesig Spaß, mich mit denen zu unterhalten. Ja, wir haben die schönste Innenstadt, die es gibt. Ich bin immer am Stadtrand von Schwabach groß geworden, 100 Meter von der Stadtgrenze entfernt. Und dass es mich tatsächlich mal in die Stadt reinspült, hatte ich bis dahin gar nicht auf dem Schirm. Da schau, die kenne ich jetzt auch. Unser Schwabacher Stadtkirch. 1495 ist die Kirch, so wie es jetzt dasteht, fertiggestellt worden damals. Nach jahrhundertelangen Bauarbeiten. An die Bauarbeiten kann ich mich auch nur erinnern. Na, vom Alter her könnt ihr hinkommen. Ich bin der Hans Grieshammer und dort bin ich daheim. Schwabach ist für mich zu Hause. Also es gibt kein anderes Wort, was Schwabach für mich beschreibt. Man braucht nicht fortfahren die Welt anschauen. Man kann hier in Schwabach alles erleben. Schwabach ist so schön, was Schöneres gibt es gar nicht. Wenn ich dann rein nach Schwabach fahre und ich schon den Glockenturm sehe oder den goldenen Dach vom Rathaus, da schlägt mein Herz für Schwabach. Ja, Sabine, bei so einer schönen Stadtkirch war Schwabach sicherlich eine fromme Stadt. Ja, so fromm, dass die Schwabacher im Jahr 1505 die erste Hexe vom Markgrafenturm verbrannt haben. Eine Hexe? Es war natürlich keine Hexe, eine arme Frau war es, eine Taglöhners Frau. Und drum am Hochgericht, da haben sie es verbrannt. Tja, was nicht alles gibt. Mein Gott, verbringe die arme Frau bloß, weil irgend so ein Blädel gesagt hat, das wäre eine Hexe. Pja, da passt der Schwabacher Spruch am Rathaus gut dazu. Schau hin. Hüt dich vor Unverstand, er ist dir große Schand und lass jedermann sein, der er ist, so sagt man nicht, wer du bist. Gut, der Spruch, der hat seine Gültigkeit vielleicht heute noch mehr als damals. Ja, Schwabach gefällt mir als Stadt so. Wir haben Schwabach immer mehr lieben gelernt. Es gibt eine stetige Aufwärtsbewegung von Kultur, von Sanierungen, also die Stadt entwickelt sich. Die Atmosphäre am Marktplatz, das gefällt mir besonders, ja. Ja, das Bürgerfest ist auch immer ein Highlight in Schwabach. Weil ich in Schwabach auf die Welt gekommen bin, weil ich hier aufgewachsen bin, weil das meine Stadt ist, weil ich mich da wohlfühle, weil meine Eltern hier geboren sind einfach eine tolle Stadt ist. Ja, und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir rüber zum Goldenen Stern. Ah, jetzt kommen wir zum Bier! Nein! Nicht! Im Goldenen Stern sind 1525 die Schwabacher Artikel verabschiedet worden. Aha, Schwabacher Artikel vom Schwabacher Dachblatt. Nein, die Schwabacher Artikel sind die Grundlage der protestantischen Konfession. Da schau, die nächste Kirch, die Franzosenkirch. Und, warum hast du die Franzosenkirch? Ja, wenn es das du nicht hast, mich brauchst du nicht fragen. Im 17. Jahrhundert sind Glaubensflüchtlinge aus Frankreich nach Schwabach gekommen, die Huguenotten. Und die haben die Erlaubnis gekriegt, eine eigene Kirche zu bauen, eben die Franzosenkirch. Ah, so. Was mir in Schwabach Freude macht, das ist, es ist alles kompakt, es ist alles ablaufbar, nette Leute, gell, macht richtig Spaß. Und ich bin jetzt heute mal da, um Schwabach wieder zu erkunden und zu entdecken und fühle mich total wohl. Die Leute, glaube ich. Wir haben immer zu tun mit auch netten Leuten. Und am meisten liebe ich, wenn ich in der Früh in die Arbeit laufen darf und durch die Gässchen lauf und die Sonne so leicht reinscheint und ich, da fühle ich mich wie im Urlaub. Ich mag sie eigentlich, weil sie klein und übersichtlich ist und eigentlich auch, wie soll ich sagen, ja, ein Stück weit familiär. Schau, Willi, dass die Huguenotten da gelebt haben, das sieht man heute sogar noch an Straßenschildern. Aha, der Puschelsberg, den kenne ich. Puschollsberg heißt das eigentlich. Nach einer huguenotischen Familie namens Puscholl, die hier 100 Jahre lang gelebt hat. Aha, und wie haben die geheißen? Puscholl! Wederstraß! Gehen wir weiter. Egal welche Ecke, das Übrische in Schwabach, egal wo du hinkommst. Es ist halt ein Provinzstädtchen, was nicht so klein ist, aber auch nicht so groß wie jetzt eben Nürnberg. Und das ist eigentlich gerade richtig auch gerade, denke ich, für Familien eigentlich ideal. Das Umfeld hier, wir sehen es hier in einem Blick. Es gibt nichts Schöneres als dieses Umfeld genau da, wo sie sich jetzt hier bewegen. Die Wärme von die Familie. Und Schwabach für uns ist eine Familie. Schwabach, so lange da sein, bedeutet schon immer hier gewesen zu sein. Mir gefällt die Kirche wunderbar. Mir gefällt die Überschaubarkeit dieser Stadt so. Und mich freut es, dass so viele Menschen mit mir gemeinsam Musik machen wollen. Im 14. Jahrhundert hat Schwabach das Stadtrecht gekriegt. Eine Stadtmauer hat man gebaut mit vier Toren. Im Nürnberger Tor, dem Zöllner Tor, dem Mönchstor und dem Hördler Tor. Und ein Stadtsiegel haben wir bekommen mit gekreuzten Bierschöpfen drauf. Apropos Bierschöpfen. Das kommt später. Ja, das hätte ich jetzt schon. Im 19. Jahrhundert hat Schwabach Weltruf erreicht durch seine Metallindustrie, Nadelherstellung und Schraubenherstellung. Aber das schönste Metall ist natürlich das Gold. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Schwabach über 120 Goldschlägereien. Und Schwabacher Blattgold wurde in die ganze Welt exportiert. Es hat einen besonderen Charme, von der Größe her glaube ich auch. Es ist eine schöne kleine Stadt, man findet alles, was man braucht. Wir haben die Sportvereine, wir haben alles in laufbarer Nähe. Schwabach ist einfach schön. Es fühlt sich einfach wohl. Es gibt es nur in einer kleinen Stadt. In Nürnberg bist du immer isoliert. Du Sabine, wie ist Schwabach eigentlich durch die Weltkrieche gekommen? Im Zweiten Weltkrieg ist Schwabach von Bomben getroffen worden. Es hat auch Tote gegeben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es die jüdische Gemeinde in Schwabach, die seit dem Mittelalter hier ansässig war, nicht mehr gegeben. Die meisten sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden. Die Synagoge hier, die steht noch und erinnert an die schlimme Zeit. Ja, ich finde die Stadt einfach toll. Ich wohne ja auch mitten in der Stadt. Und die Leute in Schwabach, man kennt sehr viele. Ich liebe Schwabach einfach. Es ist immer was geboten. Diese kleine Stadt, wo wir sind, aber diese schöne. Das ist einfach, wir sind eine kleine Stadt, haben aber alles, haben wunderschöne Feste. Es macht Spaß. Die Leute sind toll. Und ja, ich bin natürlich auch froh, bei meinem Chef zu sein. Ich merke es, wie es mir gefällt. Als ich hergekommen bin, ich wollte eigentlich nur so ein, zwei Jahre bleiben und dann wieder weiterziehen. Und da ist es dann schon ein halbes oder ein viertel Jahrhundert rausgeworden. Ob es noch ein halbes wird, weiß man immer nicht. Also mir gefällt gerade das Überschaubare sehr gut. Und dass man zu den Menschen auch wirklich hingehen kann und man wird nicht abgewiesen. Und nach dem Krieg sind dann die Heimatvertriebenen nach Schwabach. Ja, ja. Da waren meine Eltern auch mit dabei. 1946 sind sie aus Ungarn, aus Nehmert, Giedau mit dem Güterzug nach Schwabach hergekommen. Und wie die Tür vom Zug aufgegangen ist, haben sie den ersten Begrüßungssatz gehört. Ich fahre sehr gerne her, weil es gibt unzählige Parkmöglichkeiten und im Frühjahr, Sommer ist hier eine wunderbare Flora. Und man kann an vielen Ecken sich niederlassen und einfach die Seele baumeln lassen. Schwabach hat sich in den letzten 30 Jahren so gemausert und ist so vorwärts gegangen und insofern ist das eigentlich das Schönste. Wer kann schon sagen, dass er aus einer Goldschlägerstadt kommt? Kann ja auch nicht jeder sagen. Wenn ich in Italien bin, ich sage oft, ich gehe nach Hause. Das bedeutet, mein Haus ist hier in Schwabach. Und zu was kommen wir jetzt? Zum Bier! Und habt ihr jetzt ein bisschen was gelernt über Schwabach? Frau Lee, 2017 wird Schwabach 900 Jahre alt. Und ich habe einen Haufen Leute kennengelernt. Dann könnten wir jetzt doch eigentlich anstoßen aufs Stadtjubiläum. Bin ja dabei. Prost Schwabach!